Ja, willkommen zurück. Und ich würde sagen, dann geht's gleich los. In den ersten Abschnitt hinein. Und ja, was haben wir hier? Die ersten Gegner. Und zwar sind das irgendwelche Würmer, Kugelwürmer. Die verlieren Kugeln, wenn sie sterben. Beziehungsweise jetzt springen in die Luft. Und ja, ähm, hier gibt's auch eine Spiegelwelt. Das heißt, es gibt hier einen Wolkengarten und einen Schattengarten. Und im Schattengarten sind die Gegner um einiges dümmer. Verdammt. So, was haben wir hier? Wir haben hier blaue... Wow. Arm schmeißende Armraketen, Viecher, was auch immer. Und die sind dumm. Aber sie sterben. Wie gesagt, ähm, Gegner mit großer Masse, die groß sind, kann man leicht besiegen. Aber andere, die vielleicht irgendwelche Strahlen abschießen... Die einen verfolgen. Die sind dumm. Aber das geht alles noch hier. Ja, also wie gesagt, es gibt vier Abschnitte in diesem Dungeon. Und vier... äh, scheiße. Vier... Dinger. Vier... Plattformen. Die wir... Vier Kristalle, die wir finden müssen. Und wenn wir die dann alle haben, können wir zum Endboss. Und natürlich wollen wir auch alle Gegner hier besiegen in den Abschnitten. Ähm, was haben wir hier noch? Eine Kiste mit einem roten Gewehl. Okay. Renn doch mal, Will. Der will nicht rennen. So, hinein in den Schattengarten. Juhu. So, jetzt kommen die dummen Gegner. Die keiner gebrochen kann. Ja, und die Dinger... ...verfolgen uns. Die Kugeln. Die sind dumm. Das heißt, die machen... ...nicht nur mehr Schaden, sondern... ...ja, verfolgen uns auch. Und fliegen allzählen runter. Wow. Schirp. Die springen sogar. Unglaublich. Hilfe. Verdammt. So, äh... Was haben wir hier noch? Hier rechts vielleicht? Oder hier unten? Noch mehr Gegner natürlich. Verdammt. Stirb doch einfach. Verdammt, verdammt, verdammt. Ja, tut mir leid. Ich stelle mich gerade ein bisschen... Entschuldigung. Ein bisschen dumm an. Jetzt habe ich mich fast verschluckt gerade. Entschuldigung. Ich brauche was zu trinken, glaube ich. So, was haben wir hier? Gegner. Gut. Und ein, äh... Soldat. Was ist denn das überhaupt? Eine Statue mit einem lebendigen Schwert. Huch. Was ist das denn? Geh, geht doch. Und, was ist das? Ja, der erste von vier Kristallkugeln. Ne, die erste von vier Kristallkugeln. Ja. Schön. Gut, aber wir haben hier noch Gegner. Und die will ich alle noch besiegen. Rennen will. Der will nicht rennen. So, was haben wir hier? Noch eine Kiste. Und ein Gegner. Juhu. Und Leben. Ja. Und Heilkräuter. Die sind immer gut. Okay, äh... Hier haben wir noch Gegner, glaube ich. In diesem Gebiet. In dem dunklen Gebiet hier. Ach, das gibt's doch gar nicht. Jetzt haut doch mal zu. Geht doch. Kommt her, Gegner. Ach, da sind noch welche. Vielleicht so viele. Sterb ganz schnell. Ganz schnell. Geht doch. Und hier noch ein Viecher. Die treffen uns immer. Und Verteidigung. Juhu. Und schnell weg. Okay. Können wir hier raus? Ich hoffe mal, ja. So, da müssen wir jetzt hier lang. Renn doch mal, Will. Der will nicht rennen. Doch, jetzt will er rennen. Ja, ich hab'n Kribbeln im Hals gerade. Äh... Kein Trinken in der Nähe. Egal, in ein paar Minuten halte ich das noch aus. So, äh... Wir heilen uns kurz. Und dann geht's hinein in den zweiten Abschnitt. Geschehen speichern, ja. Okay. Weiter geht's. Und die nächsten Gegner. Stürzt. So, hier können wir uns hin... äh... hinab... Ne, hinüber... ...hangeln... ...oder... Nennt man das denn? Ja, hinüber... ...kommen, wie auch immer. So, hier haben wir noch... ...lebendige... ...Swerter... ...die sterben. Und jetzt können wir das Ding... ...weckschieben oder so. Und dann müssen wir rüberkommen. Eigentlich. Ab. Und noch mehr Viecher. Ach man. Alle hauen mich und mögen mich nicht. Und eine... ...frühen... äh... ...quatsch. Eine Gaia-Quelle. Schienen speichern, ja. So, wir werden zufrieden. Das ist schön. Und hier oben haben wir noch... ...an Viech. So. Von da kommen wir hier von unten. Also gehen wir jetzt... ...hier hoch. Ach viel schön. Ich will immer Frieden sein. So, hier können wir... ...in die Schattenwelt. In die Spiegelwelt. In den Schattengarten. Verdammt, verdammt. So, hier haben wir... ...ein kleines Rätsel. Verdammt. Und zwar. Wie können wir das Ding besiegen? Ganz einfach. Indem wir uns... ...hier hinstellen und... ...das Ding abfeuern. Unser... ...Dark Feuer. Hilfe. So, stirb. Ja, ich will das Ding jetzt haben. Geht doch. So, hier kommen wir zurück... ...in die Lichtwelt. In den Wolkengarten. Zwei Schläge... ...und die Drei Schläge... ...und die Dinger sind tot. Wie schön. Und hier dasselbe nochmal... ...mit dem Blauen. Und wir bekommen Stärke. Das heißt, in der Lichtwelt haben wir alle besiegt. Alle Monster. Ach nee. Verdammt. Das sind jetzt gerade ziemlich viele... ...Dinger. Autsch. Ziemlich viele Steine. Hm. Nach rechts. Juhu. Ein Energieauffüller. Wie geil. Mach's nochmal. Lauf nochmal ein bisschen. Der macht doch den Moonwalk, oder nicht? Müsst ihr mal achten drauf. Wenn die laufen... ...machen die den Moonwalk. ...und lieben. Verdammt. Und... ...die zweite... ...Kristallkugel. Ja. Okay. Ich lauf zum Anfang des Levels zurück. Und ja. Hm. Das mach ich aber... ...ähm, off-game. Weil... ...das... ...müsst ihr nicht mehr sehen. Wir haben jetzt ja alles hier geschafft. In diesem Abschnitt. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.